. Meine Fähnungsphilosophie ist, dass ich aus meinem Herzen kuchen sollte. Ich kenne das aus meiner Erinnerung, als ich jung war. Die Inspiration, weil wir meistens von der Saison und der Natur versuchen wir zu reduzieren auf ein oder zwei Produkte. Die schönste Sache mit Chefs ist, dass wir aus verschiedenen Nachrichten sprechen, die gleiche Sprache sprechen. Wir sprechen das gleiche Sprache. Wir präsenten die Swiss-Cuisine und die koreanische Cuisine. Son-Nim bedeutet eigentlich Gäste. Für uns, Son-Nim bedeutet, dass wir die Gäste so gut wie wir können. Die Gäste zeigen, was wir in unserem Restaurant machen. Mit dem Mund kommen wir zusammen, das Ganze mit einem koreanischen Touch zu kochen. Ich freue mich, dass ich die Gäste der Gäste zu den Gästen von Genesis geben kann. von Anfang.